Ja. Mh. Mh. Das minimiert sich auch noch das Spiel. Ja, einen Versuch noch, dann hab ich keine Lust mehr. Äh. Verdammt. Achso. Verdammt, wir kriegen ja auch kein neues Leben hier. Jetzt ist hier so eine Fahrradflucht, ich glaub's nicht. Lass sie sich alles ausdenken, irgendwie haben wir einen guten Humor. Ja, ich hab nur die Waffe. Ja, ich hab nur die Waffe. Ja, wahrscheinlich ist das egal. Man kann ihn wahrscheinlich nicht töten, egal wie oft man da trifft. Wir holen ihn ein. Ja, wir sterben auch gleich. Ja, ich hab nur die Waffe. Ja, ich hab nur die Waffe. Festhalten! Scharfe Kurve voraus! Hehe. Da oben! Auf dem Balkon! Hat er mich noch über die Ecke? Ja! Natürlich! Ich glaub's auch. Ja. Ja. Hm. So. Allerletzter Versuch. Jetzt wird noch Feuer gespeichert. Ja, tschüss. Ja. Festhalten! Auf den Typen schieß ich gar nicht. Das ist bestimmt alles sowieso gescoptert. Oho! Oho! Von wo kam einer? Da ist die Tür hin. Genau. Da ist die Tür kam einer. Hier waren wir einmal in der Runde. Total nutzlos. Dummdi 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 dumm. Mann! Stirb doch endlich. Jetzt bin ich schon wieder gleich tot. Das gibt's doch nicht. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So ein Müll. Ah, da war ein Buch, das hätte ich mitnehmen können. Okay, das hätte ich mitnehmen können, das Buch. Das Buch hätte ich mitnehmen können. Ja, dann kommt er wieder raus. So. Jetzt ist Schluss. Mit diesem tollen Bildschirm sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Naja, nicht mit diesem Bildschirm, aber mit diesem Bildschirm verabschieden wir uns. Verdammt, zu lange. Ja. Dann verabschieden wir uns aus dem Hoppenmü. Tschüss, bis zum nächsten Mal.